Hey, du wundervoller Meister, Mensch, von Herzen willkommen hier in diesem Channeling. In diesem Channeling aus dem kristallinen Gitternetz. Genieß die Schwingung, leg dich in die Frequenzen, geh immer wieder hinter die Worte und in die Resonanzen, die die Worte ganz leicht in dir erkennen lassen. Und gönne dir, ganz frei zu sein, ganz weit zu sein, um dieses Channeling für dich und dein Ganzsein, dein Menschsein zu nutzen. Wir geben dir hier einen Einblick in dieses wunderbarhafte Channeling. Und wenn du mehr möchtest, dann komm einfach auf unsere Seite. Der Link ist unter diesem Post. Danke, dass du hier bist. Und nun verbinde dich mit deinem Atem. Vielleicht magst du nochmal deinen Meisterkristall klopfen und die Weite in dir spüren. Leg nochmal deinen Kopf auf die Ablage, spür deine Wurzeln und tauch ein. In dieses wundervolle Channeling aus dem kristallinen Gitternetz. Danke, danke, danke. Viel Spaß. Hochgeliebter Meister Mensch, Menschen, Meister Mensch vor alledem in diesem Moment, in dieser wunderbarhaften Wandelzeit, die nun bereits für den ein oder anderen von euch den Wandel sozusagen aus deinem Inneren in das Sichtbare bringt. Und so ist es insbesondere immer wieder dieses, welches in dir stattfindet, deines Sein. Dieses sei immer und immer wieder gefestigt in jedem Moment deines doch so Beschäftigten Sein. Keine Beschäftigung. Nichts im Außen kann dir jemals geben, was du bist. Und so, erinnere dich, gönne dir immer und immer wieder die Minuten, die zwei oder die fünf. Ja, bestenfalls den ganzen Tag, in dem du in dir schwingst, dich wahrnimmst, dich hineinlegst in dein System, in dieses Zweiersystem, wenn du da bereits in deinem bewussten Zweiersystem angekommen bist. Um dich zu nähren, darum geht es. Ihr isst ja auch tagsüber. Und so sei es immer einmal wieder in dir, in der Augenblick, das Bewusstsein. In diesem Bewusstsein badest du in deinem kristallinen Gitternetz, in dem kristallinen Gitternetz deines Systems, eurer Systeme. Es ist eine heilige Zeit.